Schauspieler Charlie Sheen, Song-Contest-Gewinnerin Conchita Wurst, der Queen-Sänger Freddie Mercury. Sie haben sich als HIV-Positiv geoutet. Auch Michael macht seine Geschichte öffentlich. Vor drei Jahren bekommt er die Schock-Diagnose. Und genau heute, vor einem Jahr, bekam ich die Diagnose HIV-Positiv. Die Nerven waren schon angespannt, weil man halt eben nicht gewusst hat, was passiert mit einem? Wie geht's weiter? Wie wird sich unsere Zukunft daraufhin verändern? Heute lebt der 22-Jährige ein fast normales Leben. Zumindest gesundheitlich. Was aber täglich bleibt, Vorurteile. Aus dem gleichen Glas trinken, sich umarmen, ein Kuss, noch immer haben Menschen Angst, diskriminieren Betroffene. Unter Umständen wird es mit abweichender Sexualität in Verbindung gebracht. Was hast du da gemacht? Hast du viel Sexpartner gehabt? Sextourismus, etc. Drogenkonsum. Und man kommt sofort irgendwie in eine Schublade hinein. Sehr viele sagen immer noch, HIV ist das gleiche wie AIDS. Sprich, sie vergleichen ein Virus mit einer extrem schlimmen Krankheit eigentlich. HIV ist heute kein Todesurteil mehr. Es gibt Medikamente, etwa die Anti-HIV-Spritze oder Tabletten. Sie drücken die Virenlast. Wird der Therapieplan eingehalten, ist das Virus nicht mehr übertragbar. Natürlich kombiniere ich die Therapie auch mit einem gesünderen Lebensstil. Muss man machen, ist ja eine Dauermedikation. Die einzige Unsicherheit wäre, wenn Leute die Medikamente nicht regelmäßig nehmen. Weil das hat zur Folge, dass dann die Viruslast wieder ansteigen kann und dann den kritischen Bereich auch wieder überschreiten kann, wo es unter Umständen zu einer Infektion führen kann. Rund 1.700 Infizierte leben aktuell in Oberösterreich. Jeder zehnte mit HIV-Infizierte kennt seinen Status nicht, kann somit zum Überträger werden. Es infizieren sich jährlich so circa 30 bis 40 Menschen mit HIV. Man muss unterscheiden, Neuinfektion heißt jetzt nicht, wann die Leute sich mit HIV infiziert haben. Also darüber sagt das nichts aus. Der sicherste Schutz, ein Kondom. Zusätzlich sollte mindestens alle zwei Jahre ein HIV-Test gemacht werden. Trotz Aufklärung, die Anzahl der Neuinfektionen bleibt konstant. Es macht etwas anderes aus, was tödlich ist, als wenn es eine chronische Infektion gibt. Wenn ich infiziert bin, nehme ich die Tabletten und dann ist wieder alles gut. Was ja unter Umständen nicht unbedingt so ist. Queensänger Freddie Mercury ist am Ausbruch von HIV, also an AIDS, gestorben. Heute leben Betroffene ein fast normales Leben. Und das, obwohl die Immunkrankheit bleibt.